Hallo, hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight, zu Part 233. Oh man, ich bin ein Trottel, ich glaub ich hab's raus, ich glaub ich hab's raus. Wie weit steht der da, wie weit steht der vorn? Okay. Hm, ja. Guten Morgen, hätte ich eh gleich so drauf kommen können, wirklich. Echt, der steht dann da. Jetzt. Bitte schön. Tja, alter. Ey, echt, Leute, echt. Mütlich, da hätt ich echt, ah, alter, da hätt ich jetzt echt drauf kommen können auf den Mist hier. Leute, ich bin so schlau. Ey, ich bin doch echt so schlau. Alter, ey, das ist nicht zum Klauen, ey. Ey, wie schlau ich bin, ey. Da hätt ich vorher drauf kommen. Ohne Scheiß, Leute. Da hätt ich echt so drauf kommen können, wirklich. Aber, das ist doch kein Schwein an können, Alter, dass das so ist. Boah, ey, Leute, wirklich, kommt. Wirklich, ey. Ihr verarscht mich doch damit gerade so ein bisschen. Oh, man. Come on. Leute, da hätt ich echt drauf kommen können, wirklich, ey. Wirklich, das... Sorry, Leute, dass ich da nicht drauf... So, Entschuldigung, Leute, dass ich mich gerade so doof angestellt hatte. Hätte ich das gleich so gemacht, dann hätte ich es hingekriegt. Aber sorry, Leute, dass ich mich gerade so blöd angestellt hatte. Freunde, das tut mir echt leid, dass ich mich gerade so blöd angestellt hatte. Ja, ja, das kenne ich, das ist das hier, aber da muss ich mit dem Batmobil eben hochkommen. Hm. Da muss man irgendwie mit dem Batmobil hochkommen an den Teil. Das lass ich mal lieber erst mal, weil ich weiß nicht, wie ich da mit dem Batmobil hochkomme. So, das ist das Problem. Mach ich mal das da hinten. Ja, ja, schön für dich. Oh, Leute, wirklich, ey, das... Oh. Ich mach mir das so schwer, ey. Ey, Leute, wirklich, ey, das ist doch kaum zu glauben. Und ich mach mir das gerade so schwer. Ich mach mir das echt so schwer. Ich hätte das gedacht, dass ich mir das gerade so schwer mache. Ja, warte mal, mach mal das hier. Das Ding ist jetzt wo? Wo ist das Teil? Hallo? Hallo? Okay. Ja, darf ich jetzt mal wieder hier? Hallo? Ich mach das, was du nicht machst. Scheiße, ich werde auf das Gebäude drüben. Nein! Ja, 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 ey, geh mir nicht auf den Fiss, Junge. Ich bin am falschen Gebäude gewesen, das war das Problem. Das hätte ich geschaffen können, wenn ich nicht am falschen Gebäude gewesen wäre. Das hätte ich echt schaffen können, wenn ich nicht am falschen Gebäude gewesen wäre, hier. Hä? Ach, das ist hier da drüben, jawohl. Das ist ja wie in Arkham City. Wir haben die ganze Stadt für uns. Hä? Hier ist auch noch nur Ätzel. Hallo? Wo? Na, okay, ist auch so ein Scheiß, nicht hier. Okay, weg, 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 weg. jetzt hört man ob hier ihr Penner man bräuchte erstmal das distanzhäckige Gerät für hier ich bin doch blöd ich bin auch schlau und dann wie was soll ich das Ding dann äh warte mal weg mit dem scheiß was hier ist alle das geht mir grad so auf den Piss was hier ist auch auf dem Ort mit dem scheiß jetzt verpasst euch doch mal hier weg es macht Platz jetzt Junge geht doch mal hin okay alles da hier oben ist irgendwo ja da oben ist offen alles klar dann weiß ich jetzt wie es funktioniert dann weiß ich es alles gut alles gut ich weiß dann wie oh man so das heißt ich muss aufsteigen das ist einfach das rätsel natürlich aber da muss ich kurz einmal schnell das bleibt natürlich bleibt das da so ich glaube dass ich vielleicht auch an diesem Gas hättest du mal was er gemacht Leute hä 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 okay okay oh jetzt haut doch mal ab und nervt mich schnell der blöden Wichser hat alter hau ab jetzt Damm, der Idiot, hau doch ab jetzt! Warte, ähm, ja, ich muss kurz nochmal grad gucken, wo man da, wie schnell das man das machen muss, okay, oben ist gittert, das ist dann, da muss man in der Mitte das machen, alles klar, äh, nein, 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 okay, alles klar, das wollte ich wissen, ja, schön, boah, ey, ihr wixer, mit euren Bärten, Dreckskarren, verpisst euch doch mal jetzt, ey, mit euren Dreckskarren, verpisst euch doch mal jetzt hier, selber schuld, wenn ihr euch mit euren Dreckskarren verpisst, yes, das rätselt noch einfach, das war, das war jetzt mit Geschwindigkeit, da musst du es um Geschwindigkeit machen, okay, da würde ich es mit Geschwindigkeit noch verstehen, dass du da raus muscheln, dann schnell dahin, dass du dann, äh, dir das dann mit dem Wettkloch schnappen kannst, das ist okay, aber... Leute, fragt mich aber nicht, wie ich das andere Rätsel damit machen soll, so, haben wir jetzt das hier, hier gibt's wahrscheinlich gar keine mehr, Gehen wir mal kurz dorthin... Ja, die habt ihr so oder so schon nicht mehr in die Tassen im Schrank... Ihr habt so oder so keine Tassen mehr im Schrank, das seh ich, brauche ich schon jetzt... Okay... Dann hier hoch und dann... Hä? Hab ich da nicht irgendwas Grünes von aufblinken, wenn ich kurz dabei bin? Nee... Okay... Na, man, noch... Ich sag doch, wir sollten uns aufteilen... Was heißt, wenn die Fledermaus kommt und uns die Beine bricht? Wir haben gerade die Notaufnahme verwüstet! Tja, da hast du fesch gehabt, wenn ich euch die Beine breite, habt ihr immer fesch gehabt? Weil ihr Pänner seid! Aha! Fingo, da gibt's noch was! Ja, komm, auf jetzt! Was zum Henker machen die Soldaten auch hier? Ich warte fast darauf, dass Batman sie vermöbelt! Das ist unsere Stadt! Ich steig mal aus jetzt! Äh, ist da die... Trophäe irgendwo hier! Hä? Mann, ich hoffe, die Stadtverwaltung versucht noch mal, uns hochzujagen! Ich muss noch eine Hypotheka bezahlen! Hm, ja, okay! Ha, alles klar! Alles klar, schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! So! Her ». Hm 그때 ist jetzt überminute , hätte ich es sagen! Hm, wieder ein ganz neues Rätsel! Perfekt! Einmal nach oben... Und die nächste haben wir. Aha. Aha. Noch ein paar von diesen Holzköpfen. Schön. Ich bleib mal hier oben. Weil das ist ja momentan. Okay. Ähm, was wollen die, dass man jetzt hier macht? Ach, schönes Rätsel haben wir jetzt. Echt ein ganz schönes Rätsel hier. Hm. Wieder. Hey, warte mal. Kann man da irgendwo ein... ...Bettering durchschieben irgendwie? Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Ja, 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 das ist gut, das ist gut. Hey, ich kann denen keine Befehle geben. Was ist denn jetzt kaputt? Shit. Irgendwann, warte mal, gibt's da vielleicht irgendwo was, das man da runterlassen kann? Warte mal, gibt's da vielleicht irgendwo einen Durchgang für den... ...Sag ist nur, dass ich die da... ...alle... ...Sag ist nur, dass ich die da... ...plätten soll. Warte mal. Nein. Ich glaube, der Rose Ray hatte nichts Besseres zu tun, als das Erbe seiner Eltern zu verbrauchen. Ich bin nicht etwas enttäuscht. Ah. Okay. Ich hab das Ding mit dem Bettmobil... Ah. Oh Mann. Hey. Manchmal liegt es einem so einfach vor der Nase. ist die nein Nein! Hä? Ja, hier hin will ich meine Wüten. Na also, wir haben's. So, dann gucken wir mal schnell nach, hier. So. 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 Das ist aber nicht schlimm, kriegen wir hin, kriegen wir noch hin, äh, das ist auf dem Dach, ne, lassen wir mal, hä, was ist das jetzt hier? Also dann bis gleich, bis zum nächsten Part, auf Wiedersehen, bis gleich, euer naruto386